Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 438 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Tomaten aus unserem Garten haben unterschiedliche Farben und Größen. Die Tomaten aus unserem Garten haben unterschiedliche Farben und Größen. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Daran habe ich meine Zweifel. Deine Antwort gefällt mir wirklich nicht. Ich bin überrascht. Ich habe nicht mit so viel Geld für meine Arbeit gerechnet. Ich bin überrascht. Ich habe nicht mit so viel Geld für meine Arbeit gerechnet. Das hätte ich nicht gedacht. Mein Vater schenkt mir ein Auto zum 18. Geburtstag. Ich möchte auf der Hochzeit meines Bruders gut aussehen. Unsere gemeinsame Reise führt uns nach Paris. Heute Abend besuchen wir ein erstklassiges Vier-Sterne-Restaurant. Heute Abend besuchen wir ein erstklassiges Vier-Sterne-Restaurant. Der Bus wartet vor unserem Hotel. Der Bus wartet vor unserem Hotel. So kommen wir schnell zum Restaurant. Ich brauche kein Auto. Der Bus hält direkt vor meiner Wohnung und bringt mich in 20 Minuten zur Uni. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Schau mal, die Stadtverwaltung hat Frühlingsblumen gepflanzt. Schau mal, die Stadtverwaltung hat Frühlingsblumen gepflanzt. Schau mal, die Stadtverwaltung hat Frühlingsblumen gepflanzt. Bitte mach ein Foto von uns beiden. Dann schicken wir es an Oma. Bitte mach ein Foto von uns beiden. Dann schicken wir es an Oma. Ich warte schon zwei Stunden, der Abflug wird immer wieder verschoben. Ich warte schon zwei Stunden, der Abflug wird immer wieder verschoben. Ich warte schon zwei Stunden, der Abflug wird immer wieder verschoben. Das Fleisch ist heute 10% teurer als gestern, ich werde das nicht kaufen. Ich will nicht zur Oma, dort gibt es kein Internet. Ich will nicht zur Oma, dort gibt es kein Internet. Ich will nicht zur Oma, dort gibt es kein Internet. Hallo, ich kenne dich vom Surfen. Ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Hallo, ich kenne dich vom Surfen. Ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Verfolgst du mich? Lass mich in Ruhe. Verfolgst du mich? Lass mich in Ruhe. Ich muss bis spät in die Nacht arbeiten. Ich beantworte sogar E-Mails im Bett. Ich muss bis spät in die Nacht arbeiten. Ich beantworte sogar E-Mails im Bett. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich muss bis an den Tag arbeiten. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig.